Ich glaube, in dieser Mission kann ich keinen Hafen bauen. Nee, wirkt zumindest so, dass würde ich es nicht können. Macht euch bereit. Na ja. Platz da. Mal sagen, ich bringe mal so eine Einheit in die Nähe von der Position da. Der Müllfriedhof. Ich könnte da theoretisch mit Warden hinlaufen. Ich bin die Ame-Sworn. Okay. ich schweige und gehorche wenn die da nicht groß bauen, wieso bauen sie da nicht einfach was hin und da so eine kleine falle wenn die da versuchen durchzukommen 2 Arbeiter, tot nicht gut, nicht gut, nicht gut ich stehe euch zur verfügung ich stehe euch zur verfügung so die gekohlte kohle teilweise unerschöpflich würde ich mal behaupten ich glaube ich baue mir jetzt einmal 2 Tricks 2 Tricks und einmal mache ich noch so einen Skorpion und den Skorpion da den schicke ich jetzt nach da oben wobei, nein, 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 nein ja, du sollst noch produziert und einmal Motor los ich schweige und gehorche Minigun geladen was gibt's zyklen wenn wir durch das Haupttor wollen, benötigen wir wesentlich mehr Krieger du hast mich noch nicht richtig kämpfen sehen, mein alter und sterben zum Glück gibt es eine Alternative in der Nähe der Basis lebt eine Herde Raubsaurier sie ersehren sich vom Abfall der Seas und greifen jeden an, der ihnen zu nahe kommt und das nennen sie Alternative? mir tun sie nichts ich könnte mit einem Trupp an ihnen vorbeigehen und das Tor zur Basis öffnen ich bin sicher, die possierlichen Tierchen würden sich dort wie zu Hause fühlen das hört sich gut oh Katzenklappe du hast mich noch nie richtig kämpfen sehen und und sterben zu diensten dieses und sterben hat sich so genial angehört zu diensten so meine reichsamen Freunde hm raffiniert was ist zu tun mach das jetzt so mach das jetzt so oh hier mit Taz lauf mal so ein paar Lofosaurus nests dahin du hast du dich dass du die und du weißt du wasx mach das genau mach das mal so das so Was gibt's zu tun? So. Ihr kommt denn dann auch mal mit? Ich bin so weit. Was ist denn da drüben? Ah, Operation Katzenklappe. Ja, auf geht's! Ah. Ah ja, jetzt sind die schon mal draußen. Hier ist Bela. Der Ninja muss da noch... Ich glaube da. Okay. Unser Erz-Zuride, weil er heilen kann. Drei, ein, noch zwei Bogenschützen kommen mit. Ab ihr Kummer. Steher zur Familie! Für uns vielleicht nur so'n Gatling-Typ. Mal gucken. Ach, Ring gegen Bischof. Absicht. Was gibt's zu tun? Ähm... Was gibt's zu tun? Was gibt's zu tun? Ja. Kann ich den einen defensiven... Ah ja, defensiv reagieren. Nicht auf Angriffe. Was gibt's zu tun? Gut. Was gibt's mit dem Link? Was gibt's mit dem Link? Ninja... Dann kommen zu den Ganzen... Dings rein und dann passt das schon. Ja, genau. Das passt doch eigentlich. Tadadadadatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat! Was macht der eigentlich dieser Ring? Aber fragen auf... Marionix ausgebildet. Wähle schneller! Marionix ausgebildet. Was gibt es Neues? Ich kannte die Option eigentlich noch gar nicht. Aber naja, gut. Meinst du, ich bespeichern. Sehr gern. Was ist denn da drüben? Sehe ich denn nicht eine neue an? So. Berser geschultert! Ich freue mich sehr. Hey, wo erwartet ihr? Zeit zu handeln. Still und heimlich. Ich freue mich sehr. Das Tor steht offen. Ich wünsche guten Appetit. Hoffentlich schlagen euch die Seas nicht auf den Magen. Das Tor steht offen. 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 Oh. Das Tor steht offen. Oh-oh! Oh! so darfst du erst mal da an mein haupt da gehört selbst gerade angegriffen aber das ist egal ich kümmere mich darum wo ist ein warden du gehst mal hier hin nein hört auf auf ich stehe zur verfügung das war's mit den orsauriern was ist denn da nicht neuer operation hat es nicht klappt hat funktioniert oder ist er gesagt beendet gut ein exo flammenwerfer ok die greifen natürlich immer die stärkste einheit an das war klar die die wie Look! Oh Gott, Frame-Einbrüche wie die Sau Doping, Doping für die Haare, nur für die Haare Oh, einer ist noch übrig Das Schloss Knacken war sehr hilfreich Ja, das ist sehr gut Ein Set, sehr gut Kasane produziert Einheiten Gut, alle Militärgebäude sind weg Ich mache hier noch das Stahlwerk und das Hauptquartier Das ist aber nicht wichtig Zumindest nicht für mich Ich will nicht wissen, wie das im Video aussieht, wenn es da so schnell ist und dann auf einmal wieder so langsam Bei den Rest, dass ich hier und dann schicke ich so meine Helden hoch Danke Entscheidung Eine ausgezeichnete Wahl Es ist eine Ehe Auf dem Weg Drücke es die ganzen Helden hin Nächste Aufgabe, auf dem Weg Zutritt für Unbefugte Zutritt für Unbefugte Nein, er fehlt noch Heinrich mussten wir leider in der Eiswüste zurücklassen Der Stadthalter wird enttäuscht sein, dass seine Scherben so schlechte Arbeit leisten Ich Ein Scherge des Stadthalters? Lächerlich Ich bin die Stimme der Seas Ihr stellen arm Das Schwert, welches den Widerstand zerschlägt Ich bin mir sicher, dass der hohe Rat diese Tatsache ebenso interessant finden wird wie wir Ja Fortsetzen Arena So So Dann würde ich sagen Dann beende ich jedes Mal Und Oder ehrlich gesagt Ich werde gleich noch aufnehmen Aber mal kurz schnell Aufnahmen beenden So wie wir sie neu starten Damit ich dann zwei unterschiedliche natürlich habe Das vereinfacht mir wie immer das Rendern Also Leute Da würde ich mal sagen Mal schnell sagen Bis gleich Damit ich hier Wir sehen uns ja gleich wieder Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal